Leute, wir sind wieder zurück, wir sind wieder im dicken Überfall dabei und heute werden wir einen Juwelier überfallen und wir haben uns Verstärkung rangeholt, das ist Stunnautski! Yo, was geht? Aber Stani, wir müssen versuchen leise reinzugehen, dass du Bescheid weißt. Was für leise ist? Jetzt, äh? Was hast du getan? Oh nein, oh nein! Bro, was hat Stani wieder getan? Ey, was hat Stani wieder getan? Ja, Leute, wir müssen Neustart, Leute, Stani es wieder eskaliert. Oh, Neustart-Abstimmung. Stani! Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Okay, Leute, neuer Versuch, Rostik natürlich auch wieder mit dabei, mein Einbruch, Kollege. Stani, berrück dich jetzt, ja? Okay, passt auf, Leute. Oh, ich beruhige mich jetzt, einfach ganz locker hier. Guck mal, hier ist ein Wachmann, ich rufe mit dem kurz. Jo, was geht, können wir hier vielleicht durchgehen? Also, wir müssen hier reinkommen. Hat gesagt, wir können hier durch. Ja, alles klar. Lass erstmal umgucken, was hier so fühlt, ob sie... Oh, mein Gott. Das haben wir schon gesichert. Oder hier ist sehr viel Schmuck, die Jungs. Ich sehe jetzt hier am Bänder. Oh, das ist der Manager. Jungs, 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 Jungs. Die Managerin ist hier und kommen lassen VIP-Showroom. Ich glaube, da sind die dicken Dinger drin. Ja, da müssen wir safe rein. Können wir uns hier nicht als VIP ausgeben oder so? Ne, leider nicht. Wir können hier doch einen QR-Code, Bro. Wir müssen hier einen VIP-Bereich rein. Wir müssen einfach 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 hier einen VIP-Bereich rein. Schönen Tag, der Herr. Also, auf jeden Fall, dass die Managerin die Frau... Aber guck mal, vielleicht, ob hier ein QR-Code irgendwo rumliegt. Nein, nein, den müssen wir, glaube ich, jemanden anprippen, Bro. Warte mal. Ja, das könnte aber sein, Bro. Okay. Also, ich geh mal ein bisschen aus, nur um aushalb des Hauses, Jungs. Jungs, ich bin grad hier das Knacken, wo der Wachtteam war. Hier sind Überwachungskameras, Jungs. Check, check, Roger. Oh, wartet mal. Ohne Maske kann man nicht springen. Ey, Jungs, ich hör hier was. Was denn? Ich bin hier hinten. Ja, ich auch, ich auch. Das ist eine Wache, das ist eine Wache, Bro. Kommt die zu mir? Ne, die steht hier. Die steht bei mir hier beim Taxi. Seid ihr unten drin? Ah, hier oder? Ne, wir sind außen rum, wir sind außen rum. Stani, ich kann hier nicht aufmachen. Da ist eine Kamera. Geht außen rum, geht rechts rum, geht rechts rum. Äh, ich muss Maske wahrscheinlich anziehen, Jungs. Warte, warte noch, warte. Nee, wenn du Maske anziehst, dann wird die Alarm ausgelöst. Nein, das wird die Alarm ausgelöst. Guck mal, Stani, hier chillt eine Dame. Servus. Ey, Bro, guck mal, hier ist ein Handy. Oh mein Gott, QR-Code. Warte, ich durchsuch das Handy. Ich durchsuch das Handy. Handy, Phile. Wir haben keinen QR-Code. Wir können in den VIP-Bereich. Komm, 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 komm. Ja. Lass erstmal in den VIP-Bereich rein, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben einen QR-Code für VIP-Bereich. Jungs, habt ihr? Ja, 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 ja. Ich bin im VIP-Bereich. Ich weiß es nicht. Oh, Jungs, die kann ich... Ah, da. Weil das Gute ist... Ja, ich kann in den VIP-Bereich. Komm her, komm her, komm her, Jungs. Komm her. Bro, Armin, was machst du da? Armin hat schon Maske angezogen. Ich habe Action schon gemacht. Egal, alles gut. Wir gehen rein. Komm, komm schnell, wir gehen VIP. Oh, Bro, der ist gesichert. Der ist gesichert, der breit. Bro, komm raus voraus. Ah, der hat wieder Käse gebaut. Naja, alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin gar nicht einmal im Reden. Bro, warte, wie geht's hier rein? Dann Tür zu, Tür zu, Tür zu. Ja. Oh mein Gott, was ist hier filmt? Stani, die Kamera filmt uns. Die Kamera filmt uns. It's locked by a biometric scanner. So you need to find someone with access to open it. Okay, wir müssen hier einen Mitarbeiter rein locken hier. Bro, können wir das hier nicht schon klauen? Ja. Ich habe es genommen. Bro, wir können das schon klauen. Pass auf, Kamera, 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 Kamera. Stani. Stani. Alles gut, alles gut. Alles gut, Bro. Ich glaube, da kommt die Polizei. Wir müssen Maske, glaube ich, anziehen. Stani. Ich brauche den QR-Code. Stani, er verhaftet dich. Bro. Warum verhaftest du Stani? Wow, wow, wow. Entspann dich. Bro, er kommt jetzt zu mir. Ja, wir müssen anziehen. Wir müssen anziehen. Ja. Äh. Helft mir! Stani. Äh, nein! Stani, schnell, schnell, schnell! Maske offen! Alles, Leute! Runter auf den Boden! Runter auf den Boden! Runter auf den Boden! Runter auf den Boden! Verdammt, wir haben viele Geiselverlagen, glaube ich. Ja, haben wir auch. Bro, klaut erst mal alles. Klaut erst mal alles. Okay, 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 okay. Jungs, wir müssen das Schrauben machen. Ich fange die Vitrine aus. Ich fange die Vitrine aus. Ich fange die Vitrine aus, Jungs. Ich nehme alles. Und ich nehme auch alles, bro. Ich nehme alles schön aus dem VIP-Bereich. Wow, ich schweiß auf, Jungs! Ich auch. Ich auch. Ich mache auf, ich mache hier auf. Okay, Jungs. Also, wer hat jetzt so rein vermasselt wieder? Äh, das Borussia? Das Mädels hat uns einfach die Sachen genommen. Und dann kann man halt in den Vorkamera was angeklaut. Oh, oh. Die Polizei ist da, Jungs. Well, Bro, die Wolken wie vorhanden. Ja, den wollen die Geisel. So, ich habe den Geisel gegeben. Okay. Hä? Ja, ich habe hier, ich, 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 ich klicke hier gerade den Computer, Bro. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich, 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 ich klaue gerade hier ganze Zeit, äh, Schmuck. Ihr könnt mit, mit V könnt ihr einfach aufschlagen, ne? Yes, Jungs, es gibt hier aber irgendwo, gibt's hier noch einen Presor, ne? Oh mein Gott, ich habe ganz viele Rolexe. Ganz viele Rolexe. Vier Geisel wollen die haben. Wir haben nicht so viele. Jungs, wir wollen vier Geisel, ich habe hier eine. Ich glaube, wir haben... Hier sind ein paar. Ja, wir müssen die, wir müssen nicht schnell tauschen. Da stürmen die sonst, oder was? Ja, ja, sonst stürmen die. Hier ist auch noch eine Geisel. Hier ist auch noch eine Geisel. Ich habe noch eine hingeschickt. Sehr gut. Ja, das sind die zwei noch. Das war's dann. Soll ich die killen? Ich habe hier noch eine? Ne, ne, keine Geisel killen, keine Geisel killen, Bro. Hier ist auch eine, hier ist auch eine. Hier ist auch eine, Jungs. Okay, wir machen die Taschen voll, Bro. Ja, okay, wir müssen die Taschen irgendwo hin tun, Bro. Wir müssen irgendeine Leute, wir haben jetzt, die Leute, hier ist jetzt wirklich Rambazamba angesagt. Wir sind einfach hier mitten im Weg, Leute, ne, die Taschen. Ja, deswegen. Okay, in 13 Sekunden greifen die an, in 13 Sekunden greifen die an, Jungs. Welches macht euch bereit? Kommt hier rein oder was? Ja. Die kommen rein, Polizeieinheiten werden stürmen. Okay, Bro. Ähm. Wir müssen aber doch irgendwie die Tür aufknacken. Wir schalten, die Jungs. Hier geht rein in die Resort. Ich halte dir. Die haben die Geisel gemacht. Ich habe hier noch nur geile Dinge gemacht. Ich habe ganzes Mensch Schussstück der Spiele. Sie wird die Verriegelung, direkt wie die Verriegelung. Wie macht das? sehr stark und ich weiß gar nicht gedrückt passiert nichts wir brauchen irgendeine karte wo ist die managerin hin wo ich habe ein handy ich suche gerade ein handy jungs durchsucht ich weiß nicht was jetzt passiert ist okay leute also im ersten pulser gott machen die tür direkt gleich wieder zu hier im keller ich weiß ich bin irgendwas am aufschließen gerade am aufbauen ich halte alles frei ich halte alles dicht sehr stark okay sabotage einheit der polizisten kommt jetzt wie sie sie sniper außerhalb im gebäude die großen einheiten kommen jetzt von den polizisten ich habe folgen für hab 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 da und da und da und die sauber was jemand draußen aktivieren leute ich muss drauf was ist so und mit der tür im keller Ich habe eine Leuchttfackel, eine Leuchttfackel Eine Sekunde, fertig Ah, das Fluchtfahrzeug kommt gleich Ich bin drin im Keller, ich bin drin im Keller Okay, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut Oha, hier sind welche, hier sind welche Wachen Nein, 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 wir gehen in den Keller, wir gehen in den Keller Oh, oben sind richtig viele Polizisten, Jungs Oh, ich habe Zivilisten getötet, ups Ah, Polizisten down oben Wir haben einen Zivilisten getötet, Jungs, sorry Jeder ist dein Wachmann Noch ein Polizisten Okay, was ist unten, was ist unten, Russik Was habe ich eigentlich aufgeschlossen? Auch hier muss irgendwas sein Hier ist eine Karte im Raum Hier, warte mal Nein, ich bin drin, ich bin drin Oh mein Gott Hände, was? Happy, 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 happy Bro, die Polizei ist ganz stark, ich zieh's hier Wir brauchen die Sicherheitsziräte Ich habe irgendwas aufgesammelt, Oberkühlwaffe Warte, geil, wichtig Oh mein Gott, Panzerung Okay, um sieht gut aus, Jungs Ich fülle gerade Munition nach Die sind schon hier, die Polizisten Ja, halt die Kurze auf, halt die Kurze auf, halt die Kurze auf, halt die Kurze auf, Bro, halt die Kurze auf Hinter dir Oh mein Gott, Dallas Ich habe ich gerade so gerettet Okay, warte mal Ich muss noch ein bisschen mehr was geben, oder? Hier ist noch eine Tür zum Knacken, Bro Ich habe, ich habe eine Karte gefunden Welche Sicherungskarte? Und ich mache gerade Strom aus War alles gut Abriegelung der VIP-Kabinen wurde auch Ja, ja, das habe ich gemacht Das war ich Das war ich Let's go Oh mein Gott Ich habe den Tresor, Jungs Komm mal her Okay, okay, wir sind da, Stanni Aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt, Bro Ah, warte mal, drück mal einer den Knopf, drück mal einer den Knopf, glaube ich Was hat ihm geläucht, als der Knopf gedrückt hast? In dem Raum hier, Stanni Ja, warte mal, ich drück, ich drück, ich drück Ist gedrückt? Gedrückt halten Er geht, ich drück, Bro Ab, 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 access, access Wir haben seltenen Stein gefunden Wir haben seltenen Stein gefunden Ey, pack die Tasche, nein Wo geht's jetzt hin? Wir müssen da rausbringen Wir müssen das da rausbringen Da wir haben Fluchtelikopter Wir müssen die Tasche einsammeln Und drüber Ich bring die Tolleste Raus, raus, ich habe extra Fenster aufgemacht Okay, ich habe das zuerst rein Let's go Let's go Erstmal rein Wir müssen die Sachen reinschmeißen Die geht das Wie geht das Am Feld da reinschmeißen Hier unten, oder? Ja, easy, easy Ein paar Nächster angestellt Bevor Jungs Wir müssen uns vereilen Ab, sniper erledigt Ja, wir müssen raus Wir müssen jetzt hier raus Weil die, wenn jetzt kommt Die, wenn jetzt kommen Die haben keinen Bock mehr auf uns Ich glaube, wir haben alles Lassen, lassen Lassen, lassen Lieber, voll Dreckstasen Hier haben wir Ein bisschen Nein, ich glaube, wir müssen Das noch umschließen Nein, wir müssen Wir müssen den Helikopter schmeißen helikopter schmeißen wir müssen den kreis da rein geschmissen jungs ab zur nächsten mission das reicht uns noch nicht ok freunde wir befinden uns jetzt bei einem museum weil wir mit den jungen das wird hier nicht gerade einfach und wir müssen nicht so auffassen bitte keine maske anziehen bitte nicht verhaften lassen stanley ist echt groß ehrlich ich habe ich kann nicht springen und die maske macht sind macht sind macht sind aber auch maske aufsetzen hochgehörig aber hier ist ein ding auffassen russack ist und möchte ja hier ist ein wächter ich glaube doch nur ein bisschen mit guck mal ihn doch nicht mann ok jungs ready hier gehen wir hoch ich bin oben der wachmann ist da bro dann warte noch ich bin ganz hoch gegangen kann sich vorhin verstecken bleib einfach so sitzen doch er sieht mich er sieht mich nicht stark starke jetzt kommt oh mein gott er geht an mich vorbei vorbei er kommt weg jetzt kann es jetzt ganz hoch kommen der lässt es unten ist gut das ist sogar sehr gut oh mein gott ich bin oben ich auch let's go also hier oben ist nicht viel ok hier gibt es auch eine tür jungs hier gibt es eine tür ok ich bin jetzt irgendwie in einem pc raum ich auch bin hier auch in irgendeinem ja das ding ist wir können safe irgendwie hier ich habe einen schacht hier ist schacht jungs schacht ist gut lass uns mal das dach abchecken ob wir hier irgendwas wichtiges finden ich schlage hier irgendeine tür auf gerade hier sind mehrere schächte jungs das ist sehr gut das sehr gut ich mache erst mal hier eine tür ich habe ich habe den normalen eingang mit ganz normalen treffen ok also ich guck mal ganz kurz hier runter wir müssen die manager finden ok ich bin schon mal ein stockwerk runter jungs sollen wir durch schächte gehen oder lieber nicht auch wieder auch also kannst auch machen das ding ist wir müssen halt was wichtig ist jungs kameras kaputt machen immer kameras kaputt machen bro oh my god da sind da nicht lang gar nicht lang hier ist eine karte hier ist die hand die durchsuchen ich durchsuche die hier können wir da durch hier können wir durch ich habe irgendeinen qr-code jungs ganz wichtig guck mal hier können wir durchsuchen mit dem qr-code bro hier bei mir wichtig ist da irgendwas wo hier geht 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 stopp jungs kamera ich kann das system ausschalten mach mal wichtig jungs erst mal gucken ob wir hier knacken jetzt können wir knacken oder internet telefoniert draußen eine versuchung ein richtiges objekt gefunden kaputte kamera braun und sich knacken erst das erste ding wir machen durch draußen um hier soll auch mal laufen wer der 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 weiß jetzt wieder sind der weiß nicht dass wir drinnen sind ja ja das ist gut ich bin wahrscheinlich draußen rumlaufen aber zum blau licht also ich habe hier was geknackt jungs aber irgendwie passiert hier nix aufschlagen das ist laut bro egal wie gehen wir müssen hier raus das ist ein wachmann direkt vor der tür woher sind sehr viele wachmänner kann man nicht eliminieren oder so ja aber nur drei stücke oder so dann geht der rahmen los oh mein gott sind da viele oh mein gott sind hier viele muss da einen erledigen muss da einen erledigen muss da einen erledigen muss da einen erledigen nimm seine Leiche trag sie weg schnell halt mich halt mich halt mich halt mich halt mich mach ihn hier rein mach ihn hier rein mach die Tür zu bro hier sind auch noch Techniker drin oh 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 jungen wie viele leute sind denn hier noch drin wir brauchen Sachen durch den Lüftungsschacht nein ich brauche QR-Code äh ja wir müssen durch den Schacht wahrscheinlich Lüftungsschacht wahrscheinlich Jungs lass es hochgehen ach du heilige ey Leute das ist echt Zuggeisteskrieg das sind ja so viele da drin wenn wir die Leiche finden sind wir down ja aber wenn wir müssen erst mal finden da hießen die Schächte hier sind die Schächte es gibt mehrere Schächte bro naja ich gehe mal hier bestehen hier ne ich komm mit ähm 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 nein so jemand hat mich in den Laser geboostet nein weil er auf mich gefallen ist wahrscheinlich äh 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 Scheibenkleister naja wie 10 Jungs wir müssen jetzt hier irgendwas verdammt verdammt man ich glaube ich so die Bilder alle geiseln schnell packen wie kann man die Kuh auf den Boden schmeißen verriegelt verriegelt oh nein Leute ich geh einen Stockwerk runter ich geh einen Stockwerk runter ich geh einen Stockwerk runter oh nice 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 stark ich mach hier einige Geisel fest ich hab QR codes stark ich guck mal hier hin können wir rein können wir rein bro wie können wir verhandeln äh du gefestete Geisel musst du abgeben ok ok where are the paintings where are the paintings meine Freunde ja bro wir kriegen hier nix auf Leute was ist das Problem bro die jetzt stürmen die schon oder was die stürmen jetzt die greifen gleich an bro wir brauchen noch einen QR code Jungs ich habe ich scanne wieder den QR code stark und 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 hast du ja aber ich bin ok ich setze ein ich setze ein ich glaube ich bin ein Jackpotraum drin Jackpot Jungs ok ok boah stark du hast du richtig gegeben alter ja aber ähm ist das gelät hier schon wieder alles bro was ist das wie für ein Zeug wir müssen irgendwas abgeben ja die sind noch in den lächern ja die kommt von oh mein Gott go sondereinsatz kommande kommt rein oh mein Gott wie viele junge Jungs was geht hier ab alter oh mein Gott ok die haben hier auf jeden Fall super sonderkommando äh reaktiviert die Reoläden im ersten Erdgeschuss die kommt von überall Leute die kommt von überall die kommt von überall ok 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 wir halten hier was und wir müssen uns die Mitte stellen in die Mitte rein stellen hier in die Mitte rein stellen oh mein Gott so was das ich was macht das da stehen müssen drin stehen bleiben ich deaktiviere die Rolle ich auch ok sehr gut noch eins ich gehe zum nächsten ok die stellen sich noch auf jungs muss aufpassen steht das Gemälde Jungs ich schneide das Gemälde raus ich schneide das Gemälde raus sehr gut ok 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 und komm zu Papa haben die alle getasert oh mein Gott oh mein Gott die sind richtig so goldene Dinger und so so hier alles alles einpacken alles einpacken alles einpacken let's go let's go wir waren die platt jetzt hier bum 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 sehr gut Jungs die Gnade sehr gut mit der Leuchtfackel eine Musterhung eine Leuchtfackel werfen wo ich die Leuchtfackel ich gehe nach oben ich gehe nach oben nimm die Taschen mit nimm die Tasche und so mit und die Tasche mitnehmen äh stimmt wir können die Tasche nach oben lassen sie einen Stockmann nach oben gehen schon die letzte Tasche schon die letzte Tasche bro bro ich hab schon eine Tasche eine Musterste ist dann holen die Tasche unten wo ist die Tasche wo ist die Tasche schuld unten 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 ab die Tasche ab die Tasche ab die Tasche sehr gut wir gehen einen Stockwerk hoch weil hier sind auch noch irgendwo Sachen Leute ich hab ein Quartcode nochmal hier mit der Einsätze jaaa hä pro tasche los bin auf dem Dach bin auf dem Dach pro wieso wir sind hier wieder die ganzen Dinger da was sein schade ja da sind so äh wie so äh gerüstet ich hab gleich geplatziert du uns stark bro ich würde hier kennen alles klauen wie haben wir das Ding nochmal freigeschalten bro was wir alles das das sie ich weiß es nicht Leute ich weiß es nicht was sein was sein äh die sind doch alle gesichert diese WG Meldedinger ja wir müssen ja irgendwelche Sicherheitssysteme deaktivieren wohl gut muss aber ich knackig kurz was was auf Jungs neuer Angriff steht bevor ja ich weiß ich weiß ich weiß Bro wir haben alle Schächte kaputt äh 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 die Polizei ja die sind durch die sind durch mhm 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 sehr gut okay wir müssen aber noch ein gemälde klauen die karte gemälde oh zwei stück sogar 1 ist oben aber 1 hier oben bei mir okay ich komme das schwebe im obergeschoss der aktivieren jungs wieder auf diese Flächen polizeikraft an auf dem Dach Bro die haben mich die haben mich die haben mich na ich geh runter ich geh runter ich geh runter ich geh runter ja Bro habt ihr Heilung noch für mich ich hab gar nicht mehr safe safe hä hey Delis hilft mir Delis hilft mir sehr gut habt ihr noch Heilung für mich Jungs äh irgendwo Delis hat dich äh ich lebe alles gut alles gut hab Heilung hab Heilung alles gut top 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 danke hab meine Panzerung kurz aufgefüllt äh sehr gut boah ich hab jetzt wieder muss stehen bleiben stark russisch okay ich hole das hier noch ja ja wir müssen wir müssen wir die ah dadurch ging diese äh gitterstäbe weg genau ja 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 genau und dann können wir quasi diese sicherheitssysteme direktiviert ja 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 und dann können wir klauen Jungs wir müssen uns echt beeilen weil das sind grad auch die harmlose Polizisten vielleicht es kommt gleich oh mein Gott bei mir ich weiß den Granat erstmal ich hab keine Ahnung ich muss diese grünen Munition hier einsammeln was war das denn halt weg hey die Dinger sind offen wir können hier klauen wir können hier klauen der blau Polizei hier unverstärkt klauen du ich dich ab Nein, oh mein Gott. Okay, halt, wir müssen mehr klauen, wir müssen mehr klauen, wir müssen mehr klauen. Bro, die kommen ja alle, die kommen ja alle. Oh mein Gott, wie viele sind das? Bro, zu viele, zu viele. Oh mein Gott. Zu viele, Bro. Bro, Bro, viel zu viele. Oh, ich kann dir auch ein Gemälde klauen, sehr gut. Ja, stark, stark, stark. Wir schmeißen alles hier rein, Freunde. Wo schmeißen wir das hin? Und nach oben direkt? Ja, wir müssen hier nach oben laufen, du musst zum Helikopter. Okay, sehr gut, Russick. Aber das mit Tasche wurde ich hingelegt, ne? Ja. Nein. Oh nein. Nein, bitte nicht. In 30 Sekunden geht der nächste Angriff. Noch das nächste Gemälde, man, wo ist das? Ich hab was. Warte, was? Steht das Gemälde von Lennert? Nee, ich hatte das. Ich hatte das. Das ist die Nose-Bistick. Finde die Nose-Bistick. Was für Nose-Bistick jetzt schon wieder. Ich hab keine Ahnung, Bro. Ich weiß nur eins. Ich schmeiß was Ding hier rein, Leute. Und ich weiß nicht, ob wir diese Mission hier schaffen werden. Weil das ist, glaube ich, ein Schwieriges, wie wir uns hatten. Warte mal, ich glaube, der ist hier irgendwo. Oh mein Gott. Ja, wir brauchen uns Flistick. Ich hab ihn, Bro. Warte mal. Oh mein Gott. Ich hab ihn geheimen. Ich hab ihn geheimen. Ich hab ihn safe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich brauche Hilfe. Oh mein Gott, Helikopter, Jungs. Alles kommt gerade. Ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf. Oh, ich schnack gerade den Safe hier. Ich bin da unpassend. Sag ruhig, wie es ist. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Viel zu viele, viel zu viele, viel zu viele Hilfe. Oh mein Gott, Hilfe, Jungs. Bro, ich schnack gerade den Safe. Nein. Wo bist du? Ich komme. Ich mach das. Ich meine, die ganze Einheit hab's nennen. Ich mach gerade hier komplett safe. Ich mach die Tür zu, Stani. Ich beschütze die Tür. Na, Bro, willst du mal probieren, Armin? Ja, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Bro, das ist voll schwer, Bro. Sag dir ehrlich. Lika, wo ist denn Link? Aber ich glaube, da wird der USB-Stick drin sein. Ist nicht ab. Haben wir noch irgendwo eine Toilette mit Heelzeug? Ich hab wieder was gefunden. Ich hab ein Handy gefunden. Wer ist da? Kannst du auch gescannen? Ja. Hab's gescannen? Stark. Es geknackt, hab offen. Sehr gut, sehr gut. War das sehr USB-Stick? Ich weiß gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Spezial pro Meter, was? Ich brauch Leben, Alter. Um hier zu leben. Ich hab' die einfach alle hier. Ich hab' die einfach alle hier. Boah, Jungs, wir können hier klauen. Wir können hier wieder klauen. Wir können hier wieder klauen, Jungs. Ich hab' kurz ein Gemälde wieder ins Handy. Nächstes, Bro. Egal, diese Einheiten sind so krass, ne? Mein Leben ist dauernd, Jungs. Mein Leben ist dauernd. Hä? Oh, ich bin dauernd. Prostik, ich komme, ich komme. Ich komme, Bro. Ich komme mit, ich komme mit. Oh, Dallas, hatte ich, Dallas, hatte ich. Dallas, beste Mann, Alter. Ich finde das spektral Phonometer, Bro. Okay, danke. Bro, mich hat irgendeinen Runner, mich hat so einen Runner. Ich komme. Oh mein Gott, der verrückt mich, Bro. Das ist so, ich bin so. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, Bro. Oh mein Gott. Holt du mit? Holt das schon mit? Okay, ich glaube, wir haben hier alles. Ihr könnt ja auch, ihr könnt ja auch von außen hier raus, ne? Oh mein Gott! Juggernaut! 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 Weg, 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 weg! Ich bin raus, Jungs. Ich bin raus. Wir müssen abhauen, wir müssen abhauen, Jungs. Bro, ich will gern abhauen. Also ich will auch nicht mehr irgendwas klauen jetzt. Mir reicht's. Wo ist denn dieser Spektral-Phonometer? Ich finde das Spekt... Warte mal, TAP. Der ist da unten irgendwo. Guck mal, minus 55 Meter oder so. Okay, ich bringe mal schnell die Dings nach oben, die... Mach das, mach das, mach das, bitte. Nee, ich komm hier nicht raus, Leute. Boah, Juni, hier ist aber echt viel Zeugs drin, ne? Also... Richtig. So, ich... Ich versuche den zu holen, Jungs. Ich sehe... Ich sehe... Hol du, hol du, hol du. Ja, hol du. Junge! Wie viele Gemälde haben die schon? Sehr gut, Jungs. Bro, wir sind... Also wenn wir das schaffen, dann wären wir reich. Vorsicht, Junge, siehst du, Angriff steht bevor? Oh, das werden wir nicht schaffen. Nee, das warst du, Jungs. Ich glaube, Leute, das wird die erste Mission sein, die wir... Die wir fehlschlagen werden. Hast du gemacht, Russick? Nee, das war eine Overkill-Waffe. Nein, dein Ernst? Aber die brauchen wir, die brauchen wir aber auch. Ich hab' ich, ja. Ich hab' was. Hilfe! Hilfe! Wo bist du? Hilfe! Hilfe! Der ist, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Gott. Der verpügel so sehr... Oh mein Gott! Wow, hier liegt doch irgendwas. Ah, hier oben, hier oben, hier oben, 40 Meter. Okay, ich hab' was. Ich glaub' ich hab' was gefunden. Ich glaub' ich hab' was gefunden. Ach mal. Nee, ist der Helikopter. Das ist zurück, das ist zurück, Jungs. Das ist alles zurück, Jungs. Boah, ich bräuchte mehr Munition, Jungs, Jungs. Ja, das ist mal was wir alle brauchen, Bro. Oh, ich hab' keine Ahnung, wo wir hin müssen, ne? Bro, ich hab' wirklich keine Ahnung. Oh mein Gott, Junge. Chill, Bro. Wo ist der, Jungs? Warte mal, ich hab' hier noch eine Tür, die ich scannen muss. Hier ist ne QR-Code, ich brauche wieder einen QR-Code hier. Oh mein Gott. Juggler und alles hier. Bro, unten. Und dann auch noch gemälde, Jungs. Alter, wie viele gemälde hier sind. oh mein gott ich hab wieder ein gemälde ich habe auch wieder ein gemälde ganz unten sind auch noch gemälde jungs ganz unten sind auch noch gemälde ich habe keine ahnung was jetzt noch machen müssen ich will doch langsam ich will doch nur abhauen halt da das geht gar nicht gut jungs wir müssen jetzt dieses ding finden stil das echte gemälde von landet ich bin untergefallen ich habe gerade noch ein gemälde gefunden vielleicht war es war es das und mir schütze ich muss jetzt bei den jungs tellers hilf mir danke denn es hat mir geholfen ich mehr lieber als davor was das denn hier ich mir raum und knacken müssen den raum und knacken hier ist nichts sind ganz viele spinnte was denn hier war einer roller 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 kommt zu mir in den raum kommt mir zu mir in den raum hier sind 1000 räume das schwerste lobby nix drin ja es ist auch schwer endlich habe ich mich gehielt ich habe hier was ein handy ich habe ein handy ich habe auch hier ist es kann auch ein handy noch ein handy durch bitteschön irgendeinen raum ich war noch glaube ich kräuter träume ja ich habe einen gefunden ich habe einen gefunden ich muss rein ich muss rein ey leute wirklich das ist also ihr habt keine ahnung ja hier sind wir sachen zum klauen aber das hat nicht was wir unbedingt wollen oder oder macht einfach so jungs lassen einfach nach oben waschen lassen lassen da oben waschen warum wir müssen noch wenig für diesen bestimmt und dieses spektrum ich meine dass wir erstmal unsere sachen abgeben der liebe gibt es war sicher jetzt panzerung sogar euch ob der ist es da und jungs denn es ist da und leute das heißt wir unsere und sagt nur noch zu dritt teilen das ist gut eigentlich das gut aber denn es war ein guter mann recht gut aber immer korrekt zu mir okay wir geben wieder bisschen was ab holt uns eigentlich mit danach nee denn es ist da wo ich hoffe ich rüber haben wir haben wir haben wir haben die ich bin da und ich bin da und das war's jungs das war's nein niemals ich werde gefügelt der letzte ist der einzige hier der kämpfe gegen juggernaut seit einer stunde wo sagst du hallo da bin ich brauche was ist jetzt weiter hier muss doch irgendwo noch muss doch irgendwo ein raum geben leute wir haben noch einkommen ein qr kurz denn noch übrig hier auch nicht jungs habt ihr irgendeinen raum gesehen kann doch kann doch nicht wahr sein finde den spektral farometer ich habe mir geht es besser jungs mir geht es besser ich habe ich habe mir das verwenden wir müssen das irgendwo verwenden um das gemälde zu stehlen ich habe das gemälde jungs stil das echte gemälde von ladet wo ist das ja hier oder er müsste zu schrauben von raum gehen das war's aber man kommt mit kommt mit kommt mit kommt mit ich habe eine idee na alle wir nehmen uns jetzt ups oh mein gott jeden raum muss irgendwo gemälde sein jetzt jungs das ist aber schön mit euch heute wir brauchen noch glaube ich muss noch dieses gerät nutzen oder nicht ja habe ich auch gerade einmal genutzt erstmal hoch einmal hoch genommen ich muss noch einmal hoch ein paar einheiten sehr gut rustig sehr gut stark okay habt ihr gehört jungs jetzt kommt durchgehender angriff kommt mit kommt mit kommt mit kommt mit okay jungs abholen ja 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 ich hab das gehabt kommt hoch jungs ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe oh mein gott heute haben es geschafft bro wie haben wir das geschafft digga bro keine ahnung leute wesentlich ultimativen einbruch brüder aber es fehlt noch eine staatsbank sollen wir die ausräumen weil das müssen wir glaube ich zu viert machen sollen wir noch jemanden dazu holen oh mein gott da kam gerade einer leute wir haben es geschafft lasst ein like und ein abo dann checkt uns auf dem video-beschreibung bis zum nächsten mal wir haben alle taschen bekommen wir haben alle taschen bekommen das ist mega rich Leute lasst ein like und ein abo dann 600.000